Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe gestern ein interessantes Comment gelesen bei mir unter dem Video und zwar schreibt hier der Hans Wurst, übrigens bester Name, kannst du deinem, was kannst du deinem nächsten Video der Frage widmen, warum immer mehr Spiele so schlecht optimiert sind oder die Frage zumindest ankratzen bzw. beantworten? Da muss man sich als erstes die Frage stellen, das habe ich dann auch drunter geantwortet, sind denn wirklich aktuelle Spiele schlechter optimiert als frühere Spiele? Und die Frage, was optimiert heißt, denn übrigens, was auch wunderbar optimiert ist, sind meine Abozahlen in letzter Zeit und an der Stelle kann ich nur nochmal sagen, wenn euch die Videos gefallen, dann lasst mir ein Abo da, weil es gibt nichts, was mich so sehr motiviert, neue Videos zu machen, wie wenn ich sehe, dass es euch gefällt. Aber was heißt denn schlecht optimiert bzw. wie kommt er auf die Idee, dass das Ganze schlecht optimiert ist? Er schreibt es ja auch weiter unten drunter, es geht darum, dass er das neue Call of Duty anscheinend auf dem PC spielt und Frametrops auf 50 FPS hat, trotz einer 1080 Ti. Gut, Ausnahmen gab es immer und Call of Duty hat sich die letzten Jahre beim besten Willen nicht, mal die Sachen von Treyarch vielleicht ein bisschen außen vor, aber allgemein nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, was PC-Umsetzung angeht. Aber ich finde, man muss unterscheiden zwischen, ein Spiel ist optimiert oder eben nicht optimiert und es läuft gut auf der aktuellen Hardware. Mittlerweile ist es so, wenn man sich mal überlegt, man kann aktuelle Spiele, wie in den Witcher 3, wobei, naja, Witcher 3 ist auch nicht mehr so alt, aber das eine ist der Spiele, die mir einfach im Gedächtnis hängen geblieben sind, was so das Gesamtpaket angeht, oder nehmen wir Battlefield 1, das sind Spiele, die laufen auf PCs, die sind ein paar Jahre alt. Und das wäre zu Zeiten von Unreal oder von Far Cry 1, wäre das undenkbar gewesen. Wenn du damals einen Rechner hattest, der 3 Jahre alt war, da hast du gelitten. Da lief einfach nichts. Wenn du ganz, ganz viel Glück hattest, lief das Spiel irgendwie auf niedrigsten Details mit 25 FPS oder sowas in der Richtung, es war für ein Arsch, es hat nicht funktioniert. Also aus diesem Gesichtspunkt müsste man eigentlich sagen, oder davon ausgehen, die Spiele sind besser optimiert. Aber ich denke, die Frage nach Optimierung ist, was betrachtet man als Optimierung? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die internen Abläufe möglichst effizient gestaltet sind, dann würde ich ihm Recht geben und sagen, die Spiele sind heutzutage nicht mehr vom Algorithmus her, also sprich, wie sie intern funktionieren, so ultra krass optimiert, wie das früher gewesen ist. Wenn man sich überlegt, das erste Roller-Coaster-Tycoon war es, glaube ich, äh, Roller-Coaster-Tycoon, war komplett in der Sampler programmiert. Das wird sich heute garantiert keiner mehr antun. Und warum wird sich das heute keiner mehr antun? Weil es optimiert genug ist, weil es läuft. Eines der, um jetzt mal, jetzt kein Spiel als Beispiel zu bringen, eine der Sachen, die sich da anbieten, ist Discord. Discord ist ein JavaScript-Programm, das in einem Chrome läuft, in einem eigenen Fenster nochmal als eigene Anwendung verpackt. Also sprich, heutzutage hast du teilweise, ähm, wo früher von Hand-Assembler programmiert wird, hast du heute Programmierumgebung, Innenprogrammierumgebung, du hast teilweise geschachtelte Schichten ineinander. Aber trotzdem, Discord läuft. Und was hat es denn für Vorteile, wenn man das macht? Als erstes, wenn man das das erste Mal hört, denkt man sich, das ist doch absolut idiotisch. Warum soll ich denn quasi mein Programm langsamer machen, als es eigentlich sein muss? Und die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, weil man sich dann um einige Sachen nicht mehr kümmern muss. Oder eben um viele Sachen nicht mehr kümmern muss. Im Fall von Discord ist es einfach so, es hat, glaube ich, keiner Bock auf dieser Welt, Audio-Video-Zeug von Hand für jedes Betriebssystem selbst zu implementieren. Das will keiner. Da hat man keinen Bock drauf, das zu machen. Zumal das Jahre dauert, bis es ordentlich funktioniert. Dementsprechend nimmt man sich einen Chrome und setzt darauf auf, die haben das schon alles programmiert, das Ding wird ordentlich gewartet, ordentlich mit Updates versorgt und Bugs gefixt und es funktioniert einfach. Und so ist das bei Games natürlich auch. Dadurch, dass es heute Sachen wie die Unreal Engine gibt oder auch Unity, wo immer viel drauf geflamed wird, wobei Unity meiner Ansicht nach dafür eigentlich gar nichts kann, hast du vielleicht heute nicht mehr den Einfluss, da irgendwelche Sachen in Assembler von Hand ganz mikroskopisch klein selbst zu optimieren. Aber es ist schnell genug und bietet im Gegenzug wahnsinnig viele Vorteile. Wenn man sich überlegt, wie detailliert und groß heute teilweise Spielwelten sind, das geht einfach nur, wenn du da ordentliche Unterstützung durch die passenden Entwicklertools hast. Sei es jetzt simple Sachen, irgendwelche Bäume schnell generieren, ja. Oder was auch voll im Trend ist, habe ich letztens im Video gesehen, so ein Materialdesigner für Oberflächen. Also sprich, da ist nichts mehr mit, wir malen Texturen irgendwie von Hand oder Pixeltexturen von Hand. Da hast du richtig krasse Materialdesigner, da sagst du dann quasi nach dem Motto, da kannst du dir eine gemauerte Wand drin erstellen, ohne dass du die Textur selbst erstellen musst und sowas in der Richtung. Und natürlich auch die ganzen Scripting-Baukästen von Unreal, von Unity und sonst was. Das nimmt einem so viel Arbeit ab, dass man auch als kleineres Team quasi komplexere, umfangreiche Spiele programmieren kann, als das früher je möglich gewesen ist. Und man kann auch nicht sagen, dass allgemein die Sachen heute irgendwie weniger optimiert werden, beziehungsweise, dass die irgendwie schlecht laufen würden. Guckt man sich mal Battlefield an, das läuft wunderbar auch auf alter Hardware. Und eine Sache, die eigentlich, und da ist Battlefield ein gutes Beispiel für, oder allerdings auch Crysis oder Far Cry oder so zu ihrer jeweiligen Zeit, eigentlich hätten die Spiele früher von einer noch ganz anderen Sache profitieren müssen. Und zwar, dass du früher mit einer neuen CPU, ohne dass du was an der Software ändern musstest, automatisch mehr Leistung gekriegt hast. Also sprich, wenn du deinen Prozessor aufgerüstet hast, von einer CPU mit 400 MHz auf eine mit 800, dann hat das Ding einfach mal grandios mehr geflutscht als davor. Ohne, dass du irgendwas machen musstest an der Software. Das ist heute zwar in Teilen auch so, ja, CPUs werden immer noch effektiver, also sprich, was die pro Tag dann teilweise machen können, wird mehr. Allerdings, heute ist es hauptsächlich so, dass CPUs eben mehr Kerne haben, ja, oder mehr weitere Features, mehr zusätzliche Befehlssätze oder sowas, die man nicht einfach so umsonst gratis dabei kriegt. Das heißt, auch das Optimieren an sich ist schwieriger geworden. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist ein Unterschied, ob ich quasi was, ob ich eine einfache Schleife programmiere, oder ob ich mir quasi selbst das Gehirn zersetzen muss, wie kriege ich es hin, diese Schleifendurchläufe nicht nacheinander laufen zu lassen, sondern parallel und dass am Ende immer noch das Richtige in der richtigen Reihenfolge rauskommt. Also das Low-Level-Optimieren ist heute meiner Ansicht nach viel, viel schwieriger, als das früher der Fall gewesen ist. Aber trotzdem funktioniert das Ganze und gerade, weil sich die Programmierer nicht mehr um den kleinsten Furz selber kümmern müssen, dank sowas wie Unreal, CryEngine oder auch Unity. Wie gesagt, auf Unity wird immer meiner Meinung nach grundlos rumgehackt. Es gibt viele große bekannte Spiele, sowas wie Hearthstone zum Beispiel ist auch in Unity. Das funktioniert und wird von Millionen Leuten gespielt und klappt, ja. Nur weil Leute, die keine Ahnung haben oder damit anfangen, jetzt mal in Unity irgendwie scheiße bauen. Ist ja nicht in Unity deswegen gleich dran schuld oder Kacke oder sowas in der Richtung, ja. Ja, das waren meine zwei Cent zum Thema Spiele optimieren. Mich würde mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Also sprich, ob ihr auch den Eindruck habt, dass Spiele heute schlechter optimiert sind und vor allem, das muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, auch wenn heute kleinere Teams quasi umfangreichere Games oder detailreichere Games erstellen können und dementsprechend größere Teams sowas erstellen können wie Witcher 3, ein Game, was meiner Ansicht nach in dieser Umfang und in dieser Detailverliebtheit, ja, vor ein paar Jahren auch gar nicht möglich gewesen wäre, auch wenn das heute, sagen wir mal, einfacher geworden ist, mehr Inhalt, detailreicheren Inhalt zu bringen, heißt es ja nicht automatisch, dass die Spiele dadurch besser werden. So, aber das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht diskutieren, ob Spiele besser oder schlechter sind, weil es ging ja nur um die Optimierung. Und da würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Denkt ihr, dass die Spiele heute wirklich schlechter optimiert sind als früher? Beziehungsweise nicht nur schlechter, sondern dass die Spiele heute im Endeffekt, wo es unter dem Strich darauf ankommt, ja wirklich schlechter laufen? Meine Einsicht nach ist, nee, ist nicht so. Und was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja so eine Sache wie, was ist, wenn du mehr als eine Plattform unterstützen willst, ja, was ist, wenn du es nicht nur auf dem PC laufen lassen willst, sondern auch auf der Xbox und der PS4. Aber da würden wir jetzt wahrscheinlich ein zu großes Fass aufmachen. Also mich würde mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Wir machen als stellte Stelle Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.